Heute habe ich für euch einen wunderbaren italienischen Linsen-Eintopf, ein sehr einfaches, aber auch leckeres Rezept mit nur wenigen Zutaten in kurzer Zeit zubereitet und auf den Tisch und dafür noch gesund und günstig. Hier auch schon die Zutatenliste, es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. Wenn du neu hier bist, kannst du gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ich freue mich jederzeit über einen Kommentar oder ein Like von euch. Vielen Dank! Hier nochmal die Zutaten im Einzelnen vorgestellt. In einen Topf erhitzen wir jetzt einen guten Schuss Olivenöl und braten anschließend den Bauchspeck scharf an. Der Bauchspeck sollte nach ein paar Minuten schön angebräunt sein. Anschließend geben wir das gesamte Gemüse in den Topf und schwitzen es bei mittlerer Temperatur für ca. 4-5 Minuten an. So sollte das Gemüse nach ein paar Minuten aussehen und jetzt geht es ganz einfach. Jetzt kommen die Linsen dazu, die gehackten Tomaten, dann geben wir die Gemüsebrühe obendrauf und dann kochen wir den Linsen-Eintopf für ca. 40-50 Minuten. Oder bis zur gewünschten Konsistenz. So und hier ist der Linsen-Eintopf auch schon fertig. Es duftet fantastisch bei mir in der Küche. Jetzt schmecken wir das Ganze noch mit Essig, Salz und Pfeffer ab. In der nächsten Szene serviere ich dann den Linsen-Eintopf auf Tellern. Die Italiener wissen wirklich, wie man kocht und sie können wirklich mit einfachen Zutaten tolle Gerichte zaubern. So auch diesen Linsen-Eintopf. Jetzt noch mit Parmesan-Käse schön bestreuen und dann genießen. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt. Wenn ja, gerne ein Like oder Kommentar. Ansonsten euch allen noch einen wundervollen Tag.